Hallo liebe Schülerinnen und Schüler. Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu unserem Video Eigenschaften von trigonometrischen Funktionen. Irgendwie hat das Ganze was mit Sinus und Cosinus zu tun. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie da Sinus lesen? Ja, bei Sinus denke ich als allererstes an die Funktion und an den zugehörigen Funktionsgrafen. Hier ist es schon auf der x-Achse die Winkel. Zum Beispiel Pi halber Pi, 3 halber Pi, 2 Pi im Bogenmaß halt. Und die dazugehörigen y-Werte der Funktion Sinus Alpha. Die sieht so bogenförmig aus. Geht hier weiter, hier auch weiter. Kennen Sie nicht? Ja doch, das ist eine Funktion, deren Funktionsgrafen man immer wieder sieht. Wir haben es auch schon abgeleitet und integriert und alles. Aber mir fällt bei Sinus und Cosinus zunächst mal was anderes ein. Und zwar das hier. Ein rechtwinkliges Dreieck. Und in einem rechtwinkligen 3 gilt, dass der Sinus von Alpha, von diesem Winkel hier, ist die Länge der Gegenkathete durch die Hypotenuse. Das ist für mich Sinus Alpha. Das hat überhaupt nichts mit der Funktion zu tun. Noch dazu Winkel. Misst man doch mit Grad, 30 Grad, 60 Grad, 90 Grad. Was sollen hier diese Zahlen bei Ihnen? Doch, doch. Wir können mein Bild und Ihr Bild zusammenbringen. Fangen wir mal mit den Winkeln an. Ich habe Abwinkel. Gucken wir mal. Das hier war nur die Darstellung eines Winkels im Bogenmaß. Bei euch im Taschenrechner übrigens rd. Ich kann das auch umwandeln. Und zwar 2pi entspricht 360 Grad, weil das hier hat was mit dem Umfang eines Einheitskreises zu tun. Ein Einheitskreis, den Radius 1. Das heißt dann der Umfang, da ist die Formel wie? 2pr. Wenn der Einheitskreis als Radius 1 hat, wäre es 2pi mal 1, also gerade 2pi. Richtig. Und wenn wir zum Beispiel nur einen halben Kreis nehmen, die Hälfte, haben wir die Hälfte im Umfang. Also nicht 2pi, sondern pi. Also pi entspricht 180 Grad. Und sofort. Das ist das Gradmaß bei euch im Taschenrechner DEG. So bringen wir das zusammen. Gut, Sie haben immer noch Probleme, oder? Ja, wobei ich so langsam gerade eine Idee bekomme. Und zwar, wenn ich mir hier drüben wieder mein Dreieck anschaue. So wie Sie gerade daran überlegt haben, dass wir von einem Kreis reden hier, um den Umfang zu bestimmen, mit dem Radius 1, könnte ich mir hier überlegen, was wäre denn, wenn ich festlege, dass mein Dreieck als Hypotenuse die Länge 1 hat? Ah, wenn wir also sagen, ich schaue es mal, diese Länge wäre fest 1. Dann passt es perfekt hier, weil dann können wir sagen, immer was die Gegenkathete hier darstellt, die Länge dieser Gegenkathete ist mein y-Wert. Stimmt, denn die Länge der Gegenkathete ist dann ja gerade Sinus Alpha, hier unten steht nur noch 1, also Gegenkathete gleich Sinus Alpha und Sinus Alpha ist der y-Wert. Wir könnten doch dann also formulieren, zunächst mal meine Seite betrachtet, der Sinus von Alpha ist nichts anderes als die Länge der Gegenkathete in einem rechtwinkligen Dreieck mit Hypotenuse der Länge 1, haben wir hier, und Winkel Alpha. Dann ist einfach nur diese Länge gleich dem Sinus von Alpha. Wie ist es dann bei Ihnen? Naja, bei mir beißt die Funktion jedem Wert Alpha die Länge der Gegenkathete in einem rechtwinkligen Dreieck mit Hypotenuse der Länge 1 und Winkel Alpha zu. Gerade mal ein Beispiel, damit es nichts verwirrend ist, ist der Winkel hier Alpha 0, geht das gar nichts hoch, das blaue verschwindet, haben wir 0, hier ist es auch, bei 0 gehen wir nichts hoch. Bei 90 Grad, also wenn es komplett hier hoch ist, dann wird das blaue eigentlich komplett hier oben gehen, wäre genau 1, wäre hier bei 1 und so weiter, so könnt ihr das euch mal überlegen. Also so hängen tatsächlich die Definitionen von Sinus und Cosinus, die ihr von früher kennt, mit dem Dreieck zusammen mit unserer Funktion, denn die Funktionswerte erhalten wir durch diese alte Überlegung. Diejenigen von euch, die sich schon länger fragen, wie das eigentlich mit dem Sinus funktioniert und woher kommen plötzlich die Werte und warum ist der Sinus von 90 Grad eigentlich gerade 1 und so weiter, denen empfehlen wir die ganze Seite, was wir uns gerade überlegt haben, mal ins Heft zu übernehmen. Für die folgenden Rechnungen braucht man das nicht unbedingt wissen, aber es hilft eurem Verständnis. So, wir kommen jetzt zum wesentlich Wichtigen und zwar zur Sinusfunktion. Das werden wir jetzt mal weiter beibehalten, diesen Teil, um den kümmern wir uns. Und oft haben wir nicht nur Sinus-Alpha, sondern Sinusfunktionen kann man strecken, man kann sie bestauchen, man kann sie verschieben. Wir gucken uns sie mal genauer an in GeoGebra. So, ihr seht, wir sind hier schon halb in GeoGebra, aber vorher müssen wir noch ein paar Begrifflichkeiten klären. Wir haben hier noch den Graph einer Sinusfunktion, mal so grob skizziert und die Entfernung von der x-Achse bis zum maximalen, also bis zum Hochpunkt oder auch bis zum Tiefpunkt. Das nennt man Amplitude. Es gibt noch eine Länge, die von Interesse ist und zwar der Bereich zwischen diesem Punkt, wo der Graph an der x-Achse startet, bis dorthin, wo er zum zweiten Mal dort ankommt. Also eine Auf- und Abbewegung. Das nennt sich Periode, klein p. So, jetzt aber zu GeoGebra. Hier haben wir mal hingeschrieben, f von x ist Sinus-X. Naja, nicht ganz Sinus-X, wir haben es ein bisschen komplizierter gemacht, denn man kann beim Sinus-X an vier Stellschrauben drehen. Hier an dem a, hier an dem b, an dem c, an dem d. Wie ist es denn momentan? Momentan ist es so eingestellt, dass a1 und b1 ist, sowie c und d0. Die ganze Funktion sieht dann so aus. Hier drüben seht ihr immer den aktuellen Zustand der Funktion. Einmal Sinus von 1x. Es wird nichts von x abgezogen und nichts dazu gezählt. Und wenn man sich die 1er noch wegdenkt, da mit denen ja nur multipliziert wird, steht hier einfach Sinus-X. Das ist die ganz normale Sinus-Funktion von gerade eben. Hier unten seht ihr noch den Graph dann immer aktuell. Jetzt der Graph von Sinus-X. Wir sehen hier, er schneidet die x-Achse bei x gleich 0 bis gleich Pi, 2 Pi. Und ihr seht die Amplitude, damit die maximale Auslenkung ist 1. Die Periode ist hier übrigens von hier bis hier, also 2 Pi. Gut, starten wir mal, ändern wir mal a. Wir können hier im Schieberegler ändern. Gucken wir mal, was passiert. a geht von 1 auf 2. Ah, die Amplitude hat sich geändert. Sie ist jetzt 2, genauso wie mein a. Wenn a3 ist, a, meine Amplitude ist 3. Wenn a4 ist, a, meine Amplitude ist 3. Okay, reicht, reicht, reicht. Probieren wir mal, was passiert, wenn die Amplitude negativ wird. Ja, dann wird die Funktion einfach an der x-Achse gespiegelt. Gut, wir sehen also, der Wert von a ist im Endeffekt der Wert meiner Amplitude. Was bei b passiert, überspringen wir jetzt mal. Das ist ein bisschen komplizierter. Das hängt mit der Periode zusammen. Wir schauen uns erst die nächsten beiden an. Die sind ein bisschen einfacher. Bei c, c ist die Verschiebung in x-Richtung. Wenn c größer wird, guck mal, die Nullstellen, wie die wandern. Da wandern einfach die Nullstellen sozusagen um 1 rüber. Wenn ich zurückgehe, wieder zurück. Okay, kennen wir auch schon von anderen Funktionen. Das ist nichts allzu Neues. Und das Letzte, das d, naja, das ist genau wie bei anderen Funktionen der y-Achsenabschnitt. Plus 1, verschiebt die ganze Funktion um 1 nach oben. Plus 2 um 2 und im Negativen funktioniert das ganz genauso. Kommen wir zu dem b. Das hängt jetzt, wie gesagt, mit unserer Periode zusammen. Gut, dazu brauchen wir folgende Tabelle. Die blenden wir mal ein. Die Tabelle hat auf der linken Seite Werte für den Parameter b, der in unserer Funktionsgleichung vorkommt. Und auf der rechten Seite wird die zugehörige Periode genannt, p. Momentan sehen wir b, ich habe es schon geschrieben, ist 1. Und wir sehen, wir haben es vorher schon gesagt, unsere Periode ist 2p. Gut, schauen wir uns andere Fälle an. So, wir verändern b auf 2 und sehen, unsere Periode ist pi. So, wir stellen b gleich auf 4 um. Für b gleich 4 ist unsere Periode pi halbe. So, jetzt ist es so, bei diesen vier Parametern a, b, c und d. Bei a, bei c und d kann ich direkt anhand der Werten der Parameter ablesen, wie die zugehörigen Größen der Funktion sind. An a sehe ich direkt die Amplitude. An c sehe ich direkt die Verschiebung nach rechts und links und an d direkt die Verschiebung nach oben und unten. An b sehe ich aber nicht direkt die Periode. Da habe ich diesen Zusammenhang aus der Tabelle. Kann ich den irgendwie allgemein angeben, sodass ich für jedes b das zugehörige p bestimmen kann? Ich muss ja nicht immer ablesen, so wie hier. Natürlich gibt es hier auch einen Zusammenhang. Wir überlegen uns den hier. Auch wieder anhand der Tabelle. Wenn b1 ist, ist p2pi. Klar. Wie kommen wir auf das pi, wenn b2 ist? Naja, wir müssen nur den Wert, 2pi, durch 2 teilen. Kommen wir auf pi. Okay. Hier, wie kommen wir auf 4 halbe? Naja, wenn wir 2pi durch 4 teilen, kommen wir auf pi halbe. Das heißt, wenn wir hier irgendeinen allgemeinen Wert haben, nennen wir kreative Weise b, dann müssen wir 2pi durch diesen allgemeinen Wert teilen. Also 2pi durch b. Richtig. Gut. Das heißt, wir erhalten für unsere Periode den Zusammenhang p ist gleich 2pi durch b. So hängen diese beiden Größen zusammen. Das müssen wir uns merken, denn das wird später für Aufgaben noch von Wichtigkeit sein. Gut. Schreiben wir jetzt mal allgemein alles auf. Allgemein gilt für eine Funktion f mit dieser Schreibweise hier die folgenden Punkte. Wichtig ist dabei, dass b größer sein muss als 0. Die anderen Parameter dürfen auch negativ sein. Gute Parameter a ist die Amplitude. Wir haben hier Betrag von a geschrieben, weil, machen wir mal ein Beispiel, wenn a minus 5 ist, dann ist die Funktion hier nun in der X-Achse gespiegelt. Die Amplitude ist dann aber 5, also der Betrag von minus 5. Also schreiben wir die Amplitude Betrag von a. b hängt zusammen mit der Periode p, und zwar über den Zusammenhang, den wir herausgefunden haben, 2pi durch b. Wir haben ein paar Werte hier nochmal genannt, das sind die, die wir vorhin zusammen herausgefunden haben. C ist die Verschiebung um C in X-Richtung und D ist die Verschiebung um D, müsste das hier heißen, das verbessere ich schnell, um D in Y-Richtung. Machen wir noch ein Beispiel? So, die Aufgabe lautet, bestimmen die Nullstellen der Funktion f von X, so wie sie da steht, im Intervall i von 0 bis 2pi. So, ihr seht, in der Funktion kommt ein Cosinus vor. Bisher haben wir immer nur über die Sinusfunktion gesprochen. Damit wir sehen, wie der Cosinus im Vergleich dazu aussieht, schauen wir uns jetzt mal gemeinsam den Graphen der normalen Cosinusfunktion an. So, jetzt haben wir hier den Graphen von f von X gleich Cosinus von X. Bitte beachten, das ist nicht der Graph der Funktion oben, denn die oben sehen wir schon, hat eine veränderte Amplitude, die hat eine veränderte Periode und so weiter. Wir schauen uns aber zunächst mal die Ursprungsfunktion an. Schauen wir uns deswegen an, weil den Graph der Cosinusfunktion sollte man auch eigentlich auswendig wissen. Wenn man nicht weiß, man kann sich ihn auch herleiten, und zwar über die Sinusfunktion, denn im Endeffekt ist die Cosinusfunktion nichts anderes, als die Sinusfunktion nach links um pi halbe verschoben. Das sehen wir auch deutlich oben an der Grafik, wenn wir uns mal vorstellen, dass wir diese blaue Funktion jetzt um pi halbe nach rechts verschieben würden, also die Verschiebung rückgängig machen, dann hätten wir den Beginn der Sinusfunktion. So, startet bei 1, Y ist in den Abschnitt 1, und zählt, hat auch die Periode 2pi, die Amplitude ist auch hier 1, also sehr viele Ähnlichkeiten in der Sinusfunktion. Gut, fangen wir mal mit der Aufgabe generell an. Also, wir haben zunächst mal die Funktion mit 0 gleichgesetzt, das müssen wir jetzt lösen, von welcher X gibt das 0? Als allererstes formen wir um, wir teilen durch 100, dann haben wir 0 ist gleich Cosinus 2 mal X plus pi. Gut, jetzt kommt uns diese Cosinusfunktion, beziehungsweise der Graf der Cosinusfunktion hier sehr entgegen, denn wir überlegen uns, wann ist denn die Cosinusfunktion 0? Naja, zum Beispiel hier, wenn X pi halbe ist, das heißt, wenn das Ganze hier drin, das Argument, das Cosinus, wenn das pi halbe ist. Das ist zum Beispiel ein Beispiel, das ist der erste Fall, den schreiben wir auch mal auf. Also, nur das, was in der Klammer steht, 2 mal X plus pi ist gleich pi halbe. Das könnt ihr selber mal lösen. Was müsste X in dem Fall sein? Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, ich denke, die Umformung hier habt ihr hingekriegt. Das Ergebnis, beziehungsweise ein Ergebnis ist X1 gleich minus pi Viertel. Gut, das ist das Problem, wir sollten ja Nullstellen im Intervall 0 bis 2pi bestimmen und ich glaube, uns wird recht schnell klar, minus pi Viertel liegt nicht in dem Intervall. Kein Problem, machen wir ein zweites Beispiel. Schauen wir nochmal den Cosinus an, der wird nicht nur für pi halbe 0, sondern auch für 3 halbe pi wird der 0. Nehmen wir das als zweiten Fall. Wir überlegen uns also, wann ist 2X plus pi gleich 3 halbe pi? Und das könnt ihr euch auch wieder überlegen. Und die Lösung dafür gibt es in 3, 2, 1. So, ich denke, auch diese Umformung habt ihr hingekriegt. Dann kriegen wir eine weitere Nullstelle bei X2 gleich pi Viertel. Super, und wir sehen, von 0 bis 2 pi wird gesucht, pi Viertel liegt da drin. Prima, wir haben unsere Nullstelle im Intervall. Sind wir fertig? Nee, da sind wir noch nicht ganz fertig. Da könnten ja noch weitere Nullstellen kommen. Das heißt, ich muss jetzt noch weitermachen. Dritter Fall, vierter Fall, fünfter Fall und so weiter, bis ich das Ende des Intervalls erreicht habe. Nee, wir müssen es nicht für alle machen. Keine Sorge, so schlimm wird es nicht. Wir überlegen mal, bei der Cosinus-Funktion wiederholen sich die Nullstellen immer in Schritten von pi. Stopp, das ging mir jetzt gerade zu schnell. Also eine Nullstelle ist bei pi halbe oben. Die nächste kommt pi später, also bei 3 halbe pi. Noch eine später bei 5 halbe pi. Okay, gut. Jetzt ist es auch bei unserer Funktion, sehe ich, haben wir eine geänderte Periode. Wir haben ja oben in der Funktion 2 mal x plus pi, also da wird irgendwas in der Periode geändert. Das heißt, die Abstände der Nullstellen müssen doch als andere sein. Sie sind auch andere. Das Schöne ist, diese Periode brauchen wir jetzt gar nicht zu berechnen, denn hier sehen wir einen Abstand von da, der ersten Nullstelle, bis dahin, also von minus pi Viertel bis pi Viertel. Wie viel ist das? Da ist der Abstand gerade pi halbe. Richtig. Okay, das heißt, jetzt kommt nicht alle pi eine Nullstelle, sondern alle pi halbe eine Nullstelle. Richtig. Und deswegen können wir jetzt die nächste Nullstelle berechnen. Überlegen Sie mal, x3. Na gut, das wäre pi Viertel und nochmal pi halbe weiter, dann wären wir bei 3 Viertel pi. Perfekt. Ich schreibe es einmal ausführlich auf. Ist 3 Viertel pi. Gut, nochmal pi halbe weiter, wären wir bei 5 Viertel pi. Richtig. Sehr gut. Das liegt immer noch drin. Nochmal pi halbe weiter, wären wir bei 7 Viertel pi. Und nochmal pi halbe weiter, wären wir bei 9 Viertel pi. Ja, das schreibe ich gar nicht mehr hin. Warum? 8 Viertel pi wären das gleiche wie 2 pi. Das heißt, bei 9 Viertel ist das Integral bereits zu Ende. Richtig. Das heißt, die Nullstellen, die gelten, die gelten ja nicht. Ist die hier pi Viertel, ist die hier 3 Viertel pi, ist die hier 5 Viertel pi. Und ist die hier 7 Viertel pi. Und das schreiben wir uns jetzt abschließend auch noch auf. Wir haben also aufgeschrieben, die gesuchten Nullstellen sind bei x2, ist gleich pi Viertel, x3 gleich 3 Viertel pi, x4 gleich 5 Viertel pi und x5 gleich 7 Viertel pi. Natürlich für die gesuchte Funktion f von x, und jetzt nicht für das Blaue, weil es jemand irritiert ist, aber die gesuchte Funktion f von x haben wir ja nirgends hingezeichnet. So, wer jetzt sagt, dieses Verfahren, das man plötzlich rausfindet, wo die Nullstellen liegen, ging euch zu schnell, dann ergänzt euch bitte noch das folgende. Nämlich, dass von x1 bis x2, die wir beide ja einzeln bestimmt haben, ein Abstand von pi halbe ist. Und daraus haben wir geschlossen, dass alle weiteren Nullstellen jeweils immer wieder im Abstand von pi halbe folgen. Und somit haben wir alle anderen gefunden. Gut, das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.